Super. Hier sind zwei Schalter. Und hier ist ein Gang. Oh mein Gott. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, die Schalter bringen dich hoch. Der rechte zumindest und der linke wahrscheinlich auch. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf 1, wa? Äh, 1. Seht hier irgendwo was? Oh, drück noch mal auf die 1, bitte. Ich hab jetzt mal resetet. Äh, okay. 1. Ich sehe hier nix. Aber es ist bestimmt oben irgendwas. Warte, ich geh mal kurz nach oben. Drück noch mal. So, ich hab jetzt mal resetet. Wir fangen mit der 1 an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt muss... Kannst du noch mal drücken? Ich reset, hab grad resettet. Sag mal reset. 1, 9, 1. Ähm... 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 Ich sehe hier oben nichts. Ich höre zwar was, aber ich sehe hier oben nichts. Warte mal gucken. 1, 2, 3... Und da kamen wir, ne? Okay. Es stand nirgends wo ne Nummer, oder? Es stand nirgends ne Nummer, oder so? Was hätte das sein können? Ich gehe davon aus, dass man irgendeine Zahlenkombination eingeben muss. Aber... Wo sollen diese verkalkten Zahlen sein? Wo soll man die... Wo soll... Warte mal... 3... 3... 1... Oh, aber ich hatte... Resette nochmal. Okay, ich resette. 2, 3, 1... Super, das kann auch nur die Reihenfolge sein, wie man diese Dinger hier drücken... äh... angehen sollen. Okay, das hilft nicht. Die, äh... Challenges hier vorne haben Nummern gehabt, das habe ich jetzt erst bemerkt. Ja, aber das hilft uns wenig in Betracht auf 4, 5, 6, 7, 8... Ich überlege gerade, ob, ähm... Der Erbauer irgendwo in seinem Namen ne Zahl hatte, weiß er? Vielleicht auch ne Geburtstag oder so was. Äh, ich glaube nicht. Also ne Jahreszahl. Deswegen hätte ich einfach so spontan anfangen mit 1, 9 angefangen und... 9... Äh... 9... 19, 92 habe ich schon eingeben. Aber es gibt ja gar keine Null. Ist ja... Hm. 91. Hm. Hier passiert auch nichts in der Decke oder sowas, wo man noch irgendwas erkennen könnte. Das ist... Das ist wirklich... verrückt. Und der Decke, da kommt die Lava her. Aber ich hatte gerade kurz gedacht, als ich die Zahl hier gesehen habe, dass vielleicht verschiedene Zahlen hier waren... Ja, ich weiß was du meinst, aber ich glaube das ist einfach nur die Bezeichnung der Challenge. Ja... Ja... So, so... Ne, hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Hä? Was ist denn hier? Was ist da? Was ist da? Wahrscheinlich nur Licht. Was soll nur Licht sein? Und ich... Oh, ich hätte mich nicht mehr raus teleportiert. Vielleicht finde ich hier draußen noch was. Nee. Zurück will ich nicht gehen. Ähm... Hm. Warte. Hast du ne Idee? Ähm... In den Endräumen sind doch immer Pilze. Okay. Im Endraum von Challenge 1 sind fünf. Okay. Gedrückt. Warte mal, ich resette nochmal. So. Äh... Das Problem ist, bei Challenge 2 kommen wir nicht mehr ans Ende, dadurch dass der Weg halt zu ist. Soll ich einfach mal rüberfliegen? Flieg mal rüber. Weil ich kann den Weg halt nicht nochmal benutzen leider. Was waren da nochmal? Äh... Das ist schnell übers Passant. Ach so, okay. Äh... Äh... Ich flieg hier auch mal kurz so hoch. Das ist... Äh... Äh... Und bei 3... Ja, ich bin auch bei 3 Grad kurz gekommen. Äh... 0? Oh, zwei Spinnenweben, aber das wird glaube ich nicht die Bedeutung haben. 0 oder 2... Aber 0 geht nicht. Also wenn dann eher 2. 5, 6, 2. Guck mal kurz, ob hier... Probier das mal. 5, 6, 2. Sind okay? Nein. So... Das ist ja nichts. Nee, das wird's auch nicht sein. Sehr gut. Das ist jetzt so oft wieder irgendwie im Play-Wort gewesen. Das wurde ich eigentlich gar nicht... Äh... Schade. Aber gute Idee. Aber das... Das hat's eigentlich bereits gebracht. Oh mein Gott. Ich will auch nicht leicht aufgeben, weißt du? Ich will jetzt schon das irgendwie rausfinden. Aber... Ich hab so gar keinen Ansatz. Da wird dein damit weitaus das Beste, was dabei rauskam. Ja, bei den Anfangsräumen scheint es aber auch nichts Spezielles zu sein. Hm. 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 Ah ne, ich sollte den Game-World nicht wechseln, wenn ich wieder über die Lava fliegen möchte. Haha. Ah, Game 2. Hm. Ich wüsste jetzt spontan auch nicht. Ich guck auch noch mal in die 1 rein, aber... Hm. Das gefällt mir nicht. Dann muss es doch irgendeinen Weg geben. Wir sind wahrscheinlich einfach zu nubig. Und wir daran haben... Ne, wir denken zu kompliziert wahrscheinlich. Oder zu einfach. Entweder es ist richtig kompliziert, oder es ist richtig einfach. Äh, wir klatschen uns gleich mit... Gefühlt mit der Faust vor den Kopf. Und denken uns... Ne, 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 was haben wir getan? Oder halt... Ach so, hier geht's raus. Ja, okay. Hm. Autsch. Aber hier ist das Geheimnis auch nirgendwo. Hier ist so eine Lavasäule oder so. Verwirkt sich ja kein Geheimnis leider. Das hätte mich jetzt auch gefühlt. Man kann die Lavasäule runterschwimmen? Ne. Ich glaube nicht. Um das kurz zu testen, werde ich jetzt auch mal kurz im Gameboard gehen. Hier schon mal nicht. Ne, das wäre auch zu extrem. Wobei, man könnte halt mit Wasser drunter... Ja, klar, wir können abfangen, aber... Tja, ne, ich hab keine Ahnung. Ne, ich will ja da auch nicht. Das ist hart anstrengend, dass ich keine Ahnung hab. Das mag ich nicht. Ich könnte jetzt ausprobieren, aber... Ich will nicht drauf losraten eigentlich, was er? Und drauf losraten. Wir wissen ja erstmal schon mal nicht, wie viele Stellen der Code hat. Das wäre wahrscheinlich drei. Drei, vier. Dann würde ich mal eins von beiden würde ich mal ausgehen. Aber dann fängt der nächste Problem an. Bei vier Stellen... Es sind nur neun, zum Glück zehn Ziffern. Es weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Neun, mal neun, mal neun, mal neun. Das ist mir irgendwie doch sehr viel. 81 und dann bist du ja schon... Ne, ich hab keinen Bock nachher... ... ganz viele Stellen, also... ... ganz viel zu machen. Ne, ne, das funktioniert so auch nicht. Dann soll ich mir mal die Schaltung angucken, dahinter. Ja. Mich würde es auch mal interessieren, aber ich... 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 Ach, ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin created... Ich... Ich hätte eigentlich braucht, dasselbe rauszufinden, wie es funktioniert, aber... Ja. Nicht nur du. Ja, okay, es ist relativ easy, gleich zu sagen, was man hätte drücken können. Und dass hier ein Gang aufgeht, vorne. Das sehe ich auch. Der dann in ein schönes Gewirr führt. Es ist an jeder Wand, glaube ich, ein... Ich kann... Ich kann... Ich kann mal rausziehen. Äh... Zwei... Ähm... Wacht... Ne, zwei ist es nicht. Die zwei aber... Später, als letztes. Dann kommt der hier davor. Das ist die sechs... Und davor... Wiederum... Kommt die... ...drei... 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 Also... Da war ich ja mit 5, 6, 2 gar nicht so falsch. Es sollte nur 3, 6, 2 sein. 3... Wo hast du das denn rausgehabt? Das waren Pilze. Hä? Einmal 5 Pilze... Einmal 6 Pilze... Und einmal 2. So... im leben habe ich mich das gucke ich mir jetzt mal an also wir haben ja die idee war das 1 ist das ja dann da wo die drei anstatt 26 26 also diese lösung bei jetzt 362 2005 in 1 wenn sie jetzt nicht die pilz sein ich würde interessieren was gewesen sein soll also aus der scheidung hast du vielleicht war es ja doch die pizze damit hat sich einfach nur verteilen aus der unter zu mir aus den gamemode aus das gibt mussten aber wir erzählen war noch tagelang angeknobelt was offensichtlich ist ja ich schreibe ich schreibe es gerne in die kommentare ich würde es einfach genau wissen ja ein okay das hier abharten dauert ja nur noch 57 waren es insgesamt 88 auch dann sind sie noch sechs nur noch bestimmt 20 folgen besser ja ich finde es geil es macht mega spaß gerade das knurbel und zu hören auch so der rechts wir wollten zum marktplatz noch mal so reingucken aber auch wenn ich ja okay du siehst halt dass du da reinkommen wir haben keine nacht schlafen dürfen auch nicht sterben da ist eine eisentür in der wand sollten wir uns merken sollten wir uns merken das ist ein checkpoint für irgendwas okay cool die punkte um den brunnen werden dann hier angehen das cool dann wird sich wahrscheinlich gefühlt irgendwas auftun im brunnen aber das ist das nur nur reine theorie so hatten wir das ding hier schon wahrscheinlich wird das ding hier aufgemacht ich weiß ich weiß nicht das hatten wir noch nicht auf jeden fall das hat sich auch natürlich nichts anderes aufgetan vier eine haus hatten uns hervorgemerkt falls wir vier haben das haus das haus leuchtet das haus vorher auch geleuchtet ja es hat vorher geleuchtet und die kirche noch probieren das hat nicht kommen mit dem fluss in fluss in die eine in die richtung und ein hund eingelegt ja von der kleinen brücke hier ist eine leiter ich habe leiter die führt in den haus oder in den schacht nein das ist nur ein zwischengang okay aber ich komme es nicht ich bin zu unfähig hier dafür vielleicht da hinten am ende dass da irgendwas ist wobei wo sind wir denn hier natürlich noch erstmal angucken bevor ich hier wieder rein nee wir waren ja schon gut dann würde ich gerne ich schwimme einmal kurz zum ende dieses stück ist ja vielleicht finde ich ja was ich komme ich mal um dadurch dass ich ja diese diese eisentür da gesehen haben würde ich einfach mal gucken ob man vielleicht irgendwo hier an der seite halt hoch kommt der jump in run quasi darauf zu machen ich muss sie gar nicht so schlecht aus okay hätten sie nicht so aus als wird das irgendwie funktionieren im loch da passiert nichts gut war ein versuch wert schade hätte ich gerne was gemacht dann hätte man nicht mal die nächste challenge angefangen weiß nicht ich habe hier glaube ich was es ist ja quasi so hier momentan als wären die ersten challenges alle nur so zum aufwärmen gewesen weiß also nach dem motto seid ihr bereit die schlüssel zu suchen ja so eigentlich ist das fast zwei verschiedene maps sind gerade adventure mehr besser ganz andere das ist irgendwie lustig wo bist du gewesen in einer ecke aber ich weiß gerade nicht ob das so sinnig ist weil ich nicht weiß wie ich von hier aus weiterkommen soll hier ist nichts aber das sieht hier schon verdächtig aus na also ja es sieht sehr verdächtig aus bis ungefähr meine höhe das war voller absicht bestimmt ja auf jeden fall aber ich wusste jetzt auch nicht wo wir weiter so machen machen hier ja ich ja das passe ich die folgen länge halt an ich weiß nicht wie lange wir jetzt schon aufnehmen da meine zweiter folgen block jetzt gerade das dürften ungefähr eine stunde 17 18 sein muss okay ich tschüss kurz noch mal wird es jetzt bei den abfluss auch nichts gefunden und hier oben weiter nur am testen scheint nicht wirklich weiter zu gehen sieht alles immer so vielversprechend aus bis man es dann nicht schafft ich will ich würde gern die kirche als nächstes mal in angriff nehmen aber das können wir dann gucken dann für mich die zweite ab noch vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen übermorgen je nachdem ich weiß nicht welchen tag die folge rauskommt da ich glaube dass sie übermorgen aber ich schätze wie welchen rhythmus hier geschnitten wird und wir werden auch die folge von ja auf jeden fall ja das ich weiß denn und wir freuen uns ja auf nächstes auf der session auf jeden fall ja ich würde ja schon gerne weiter kommt ja noch so einiges vor ja nicht nur du nicht nur du ja bis dahin jo ja 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 ja